Hallo liebe Gäste, ganz herzlich willkommen auf MS Albatross. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 9018 auf dem Jupiter-Deck der MS Albatross. Sie können sich gerne auch in unserem 360-Grad-Video umschauen. Und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. Bis zum nächsten Mal.